Guten Morgen zusammen. Heute geht es Richtung Anchor Bay bzw. Popeye Village. Warum der so heiß werdet ihr vielleicht im Video sehen. Es liegt halt ein riesiger Anker in diesem Bereich des Meeres. Aber auch die Unterwasserhöhlen sollen ganz cool sein. Ja, ich hoffe es gefällt euch. Bis dann, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis dann, viel Spaß. 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 Bis dann, viel Spaß.